so der wahrscheinlich wieder mal probleme mit seinem sohn der liebe michael was sollen wir mit ihm haben auf jeden fall wir haben die nächste mission bei leicester und weil das geht ja auch hier oben entlang na ja lass mal schauen na irgendwo muss er doch sein da der juweli raub leicester an der sender wobei ein bisschen radio aus die ganze zeit und steht jetzt wohl die erste haste also single player heißt vor der nase wir brauchen kohle nachdem wir martin madrazos haus geschrottet haben nachdem unsere frau uns mit dem tennis coach besogen hat und die will natürlich immer noch mit uns tennis spielen na klar doch nur weil sie natürlich verloren hat wir spielen sicherlich tennis mit ihr natürlich hat es sonst nichts zu tun als mit meiner frau die mich betrügt dann ist zu spielen wieso nicht naja michael muss selbst wissen was er tut ich ja schon größer junge so ist man aber läster 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 schwester katze ganze katze 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 kaputt macht kaputt das darf keine zeugen geben naja es ändert sich tag und nacht wir haben lange gebraucht um die treppe hochzukommen das ist schon ein ticken älter das ist schon ein ticken okay listen shh 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 what do you got the holy grail the union depository now they say it cannot be hit hasn't been yet look i just owe some mexicanhood a couple million bucks because i wrecked his girlfriend's house i don't need to go crazy here which mexican martin madrazo he's not supposed to be very nice oh i met him he was charming so what do you think oh um let's see either we hit a bank in the sticks or we do a store which do you like well store's usually easier i gotta make a big take well gems it is then let's go to evangelico buy ourselves an engagement ring oh we're gonna need a crew i could round up some of the old guys there are no old guys moses ironically he found jesus all those irish crazies they mostly just disappeared that crew from the south they all went down there was an eastern european guy making moves in liberty city but he went quiet that's what's going on nico from gta 4 i've been working with someone but they're too unpredictable i'll have to reach out to some other guys lass uns mal einsteigen und los begib dich nach rockford hills who's it when the skyline or there's you know what are you talking about i checked out the wpp thing doesn't look like any witsec program i'm aware of for starters they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in rockford hills well maybe they thought this would be the best cover and most witnesses don't transfer five figure sums into a particular fib agent's bank account every month of course the money gets moved around and washed through a number of fronts but the trail is there deposits and shit deposits and drops and the same sum every month each dave norton white middle-aged divorcee unremarkable career except for one incident the shooting of a notorious stick-up man michael town yeah 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 all right lester i'm very impressed look we can talk about this another time take these glasses my eyesight's fine they're fitted with a camera and a radio relay i'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need begib dich zum juwelier oh schicke brille schick 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 michael okay dann werden wir uns das mal besorgen angelico dankeschön ich mit der verkäuferin hello i need to pick up a little something for the woman in my life but one of them sir i'm sure we can help you tell me about her what's her taste cheap thank god this ain't my wife we're talking about i don't know i don't want to spend too much i'm thinking maybe 10 grand our rings start at 8 our pendants start at 12 all right so these things built the last or am i just paying for the evangelical logo here oh no 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 we use perfect clarity jewels 18 karat gold 950 platinum nothing but the best all right i think you just made a sale i'm gonna take a look around think about it come back to you baby don't go anywhere i understand okay thank you sir you got it come back to me mhm michael der alte schmeichler steig wieder in dein auto mal wieder einmal um den block einmal um den block look there some construction yeah if they're getting the place I might be able to get to the roof wer gibt dich auf das dach lässt er was dann natürlich wieder unten gut der würde da auch nicht unbedingt hochkommen so you keep up with the old crew hell after your death slash disappearance there wasn't much holding us together yeah you see him at all after the incident i kept tabs on him for a while needed to uh know that he didn't blame me yeah where'd he go north south east west wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear where did they bury him they buried him not as far as i know i'm on the roof all right use the glasses to give me a shot of evangelicals roof units it'll be right above the store schön hier schön hier schön hier schön hier ich glaube das ist die pesadina town hall die kommt glaube ich auch aus die bank theory ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster da trufft es raus ah diese kleinen Details ich stehe da voll drauf ach das sieht man schon hin möwe verpiss dich verziehlich und weg mit dir versteckte kammer ja okay ab nach oben das sind michael's alter das tut man nicht alles hoppala das hätte ich echt relativ weh getan hier zum glück nicht und hab all diese kleinen details genau details nicht cool ja 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 immer mit der ruhe ich bin schon ein ticken älter nein du gehst schön die treppe runter mein freund nein nein oh scheiße wieso geht da nicht die treppe runter wie hier der normale mensch oh man 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 nicht zu fassen ich begib dich zur textilfabrik na wollen wir mal zurück zu leister seinem standort um um Das wird die Komplikationen nicht möglich sein. Ja, das sieht einfach aus. Kameras broadcasten zu einem Server remonten. Wir werden können das Wettbewerb nehmen. Ein Sicherheitsgericht auf der Tür. Er will nicht sterben für rüchst und rüben seine Nose in es. Gut. Die Alarm-Systeme ist links zu der Tür-Lock. Wir werden ein guter Fenster. Wenn jemand talentiert hat es. Anything anderes? Das, äh, mehr wertvolle Merchandise ist in den Kabinetts in der Zentren der Tür, bei der Register. Ich beginne da. Hm. Der Glas in den Kabinetts nicht blöchst. Das bedeutet, dass du sie schnellst. Aber die Stöhne werden in der Nähe in der Nacht sein. Also? Wir gehen in, wenn es open ist, dann? Genau. Once wir die Goldbewerbe, re-cut die Röcke, das ist ein guter Schmerz. Ja, schade wir nicht in die Zeit nachdem, Mann. Die Fenster sind sehr promising. Vielleicht können wir das wiederholen. Ich höre. Wait, bis wir zurückkommen. About die Crew. Ja? Da ist ein Kind, der hat mich geholfen. Vielleicht können wir ihn in. Ich arbeite nicht mit amateurs. Er ist nicht ein Amateur. Oder wenn er ist, er ist ein giftiger Amateur, der über die Probe wird. Er ist ein guter Kind, Lester. Hier haben wir die Fotos. Danke schön. Ja. Let me set this up. Haha. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't wanna leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right. Not for a pro. Ha. Well, mapping out the options. Showing you all the angles. That's my area of professional expertise. Making decisions. Making decisions. That is your domain, my friend. Here. There's two ways I see of doing this. We go in smart or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system and hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. That means getting a pest control van, though. You go in dumb and you'll need your famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, no, no. We've gotta find some in circulation. It's awkward. It's, uh, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. Alright, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. Alright, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? Wir machen's auf jeden Fall auf die schlaue Art und Weise und damit dann auch mit Gas. Naja, ah zu schlau. Okay. Select personnel with that in mind. As ever. The better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes and lead you out through the tunnels. Pfft. 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 Also ich will gute Fahrzeuge. Und er führt uns heraus. Hm. Lass mal sehen, was wir hier noch zu raus haben. ich will, wenn ich dich aus dem Ort gewählt habe. Gäberapfe. und wir hoffen, dass wir dich calm zu halten. wir sollen keine色 united sein haben. Dann entscheiden was günstigeres. Jaaa, aber nicht in dem job hier. Dafür ist er nicht wichtig genug. Da habe ich übrigens so kurzum durch eine Mini Mission, die ich nicht aufgenommen habe, also ich habe etwas getestet, habe ich in einer Nebenmission entdeckt. aber nicht für die mission da ist einfach falsch das teil zwölf prozent natürlich hoffentlich normen wobei Ne, Norm Richards. Ja, her damit. Ja. Ja, und ich bin in Kontakt. Ja, gut. Ich kenne dich und alles ist bereit. Du musst es an die Leute geben. Wow, was? Mein Repp ist nicht mehr für nichts. Du bist ein totes Mann, Michael. Ich kenne dich. Speichern wir natürlich. 75%. Bild schön. So anders gewesen. Na egal. Vielleicht alle drei Teile auf einmal auf einem Bild. Ah, Franklin anrufen. Okay. Okay. erledigt und wir haben eine mission mit frankie boy bumm bumm der sich schon wiederum ja deine mut war das ist wieder sauber mission er darauf zu mir wo sind wir denn was soll denn der scheiß schon wieder was soll das ja ist ja gut liebe leute und sind nichts passiert das würde franklin immer hören irgendwie habe ich das gefühl mein wegpunkt ist falsch ja mein wegpunkt ist falsch ich will ziemlich nach hause so schwer war das jetzt nicht ja ein bisschen abkürzung hier ich habe schon so legt die kugel immer fahren auf 80 von 100 läuft das war knapp und da war schon zu hause ist es doch immer noch am schönsten das ist mein helm ab und sagt irgendwo hinschmeißen bei 100.000 dabei oh gott im himmel weeeeeeeeeeeell legeeeell helloh ich will nicht wissen ich möchte nicht was zur fuck ich meine was ist hierin ich meine was ist hierin warte a 1 에� dict Airlines und schau mal ja ja W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Mugged your moms, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha ha, you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Yeah, it's good to have confirmation. It's funny, fuck. Why you keep hanging around this clown, Elle? Shake this fool, man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga. I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Ich will doch gar nicht. Stretch wurde doch sicherlich gestretched im Knast. Und zwar auf bestimmte Art und Weise. Ihr versteht schon. Wieso muss ich mit denen jetzt babysitten gehen? Man, what the fuck is this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. Ist hier das Zeichen nicht? Ach so, ich muss einfach nur hier hin. Und dann rein. Willkommen bei Amunation. Okay, welche muss ich mir holen? Stumm-MP gibt's gratis. Okay, dann nehme ich die Stumm-MP. Das ist dann ein bisschen Schuss drauf. Taktisches Licht haben sie irgendwas gelabert. Da ich eh viel Kohle hab. Ja, damit. Ja, welche Waffen soll ich denn jetzt hoch sind? Bin ich so dämlich. Ja, mit dem Hammer. Ja, mit der Flasche. Die will ich haben. Aber ansonsten bin ich echt so dämlich. Railgun. Boah, auf die hab ich gebraucht. Billigknalle. Paar Schuss. Was und alles in der Welt wollen ich von mir? Sturmgewehr. Ich kaufe einfach alles, was da ist. Ja, damit. Taktisches Licht. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Hier kann man immer Patronen brauchen, finde ich. Farbton lassen wir original. Hier gibt es Panzerung. Da nehme ich doch eine mit. Leichte, schwerste Panzerung. Fähr damit. Guter Schutz ist dieser Tage wichtig. Jo, Hungs. Wie wär's denn mal? Mittlerweile ist Nacht geworden. Gibt mir ein bisschen Tempo hier. Wo sind wir denn? Ja, wir haben ein bisschen mehr als ein Kilometer vor uns. Entschuldigung. Ich habe den Gefühl, es wird ein bisschen von dem Dio's gone wrong-types Situation sein. Jetzt, das ist die negativität, die Lamar hat mir gesagt. Du bist nicht so weit gekommen, dass du das bist. Das Power-Positive-Bullshit. Du solltest du deinen Schein-Geräusern mit meinem Haugen, nüggen. Nachdem der Bedeutung, er wahrscheinlich braucht es nachzudenken. Das ist ein neues-Aid. Das ist ein Falt. Du hast was du tun, Mann. Du hast du dick, aber du hast es nicht. Zum Mark-Geräusch, wie du das? Guter. CGF hat sich verändert, Mann. Ja, ja, ja. Gangster Bullshit. Und wir werden natürlich reingezogen. Oh, wir sind da. Das war also der, den wir fünf Tage vorher gekidnappt haben. Na, klasse. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Ich sag ja. Na, scheiße. Oh, fuck it. Und schau, und schau, und schau. Noch einer? Wer hat noch nicht, wer mag nochmal. Dankeschön. Oh, fuck it. War ein bisschen unangenehm, würde ich sagen. Das geht ja viel zu einfach mit der Waffe. Oh, oh. Ich war gerade am Nachladen. Dankeschön. Ah, ein bisschen Licht an. Kuckuck. Ich leuchte dich an. Geht ihr jetzt ein Licht auf? Ja, er braucht ja mal wieder Tage. Oh, shit. Ich weiß, weil du mir Tage brauchst. Die schwarze Panzerung war sehr sinnvoll. Oh, oh. Ich kann doch alle nicht schießen. Na, da bringt es nichts, sich zu verstecken. Dauerlich. Oh, oh. Komm her. Zack. 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 Boah, bullshit hier. Und tschüss. Ich weiß noch ein bisschen die Waffe. Mikro MP, MP, stummen MP. Jetzt wird es lustig. Ja. Da oben haben wir noch einen. Und zack. Und los. Go, go, go. Jetzt wird es wieder Zeit für eine Schrotflinte. Kommt man hier raus? Ja, man kommt hier raus. Boah, ich habe gar nichts mehr gesehen. Fire Door? Ja, Fire Escape wäre jetzt sehr, sehr passend. Oh, oh, scheiße. Tschüss. Wow. Wow, fuck. Go, Jungs. Go, 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 go. Gib mal ein bisschen Tempo hier. Haben nicht ewig Zeit. Ja, so in etwa. Tschüss. Man sieht sich die Tage. Oder auch nicht mehr vielleicht. Na, junge Lama. So ungelenkig. Tut mir leid, aber ich brauche das Fahrzeug echt dringend. Jungs. Boah, das kann echt schief gehen. Oh, sie sind beide drin. Sehr gut. Okay, wir haben drei Sterne. Wie genau wir das jetzt anstellen, weiß ich noch nicht. Ich versuche mir was zu überlegen. Das wird nicht so einfach. Hier, links entlang. Ja, so werden wir halt niemals den scheiß Heli los. Ab drei Sterne wird es halt unangenehm. Na, verzieht euch von der Straße. Oh, shit. Ich habe ein klitzekleines Problem. Also runter von der Straße. Nein, 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 nein. Ich kann hier eh nicht gescheit rum. Oh, shit, ey. Ganz im Ernst, scheiße. Ich kann mit dem nicht gescheit umdrehen. Sowas blödes aber auch. Jetzt, 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 jetzt. Sie suchen nur nach uns. So, wir nehmen hier die Seitenstraße. Direkt zum Ballers ins Gebiet rein. Hier sieht es einigermaßen sicher aus. Ich kann nur hoffen, dass wir uns nicht finden. Oh, scheiße. Ich habe natürlich hier rein. Ich habe mich gesehen. Problem. Da wird jetzt nicht viel reloaden. Ich kann euch mit dem Ding hier nicht abhauen. Tut mir leid, Jungs. Ihr seid leider am falschen Ort. Und zwar zur falschen Zeit. Okay, Jungs. Einsteigen und Vollgas. Rechtsrum. Wieder der Scheiß-Helida. Weiterhin drei Steine. Das ist aber gut. Oh, ich weiß, wohin. Ich weiß, wohin. Ich weiß, wohin. Hier unten rein. Hier sollte es nur sein. Bitte sagt nicht, dass der Nein, der fährt tatsächlich hier unten auch entlang. Da ich hier keine Frontlichter mehr habe, kann ich auch komplett ausmachen. Nein, kann ich nicht. Ich habe ein großes Problem. Boah, die Bullen in GTA. Nein, hier kann ich mich nirgendwo hin verpissen. Hier drunter. Am besten noch ein bisschen mehr hier. Ich kann hoffen, dass wir uns nicht sehen. So, da kommen wir schnell durch. Oh, nein, nein. Nein, hier nicht mehr hier. Ich bin nur noch ein bisschen mehr hier. Nein, hier ist nur noch ein bisschen mehr hier. Ich werde mich über die Bühne in der Klasse. Ich werde mich über die Bühne in der Klasse. Ja, ja, das ist eine gute Idee, Mann. Smarteste. Aber wenn ich mich über die Bühne in der Klasse schreste, dann kommt der Klasse. Na ja, klasse. Ich kriege so einen Hals, kriege ich da so einen Hals. Kopfschlüsse 4 von 10. Ja gut, mit einer Pumpgun geht da nicht so viel. Missionszeit. Was, 17,30? Ja gut, zweimal verstecken und so. Das dauert halt ein bisschen.